Serena Pull Bar, die ist direkt hier unten. Hier kann man essen, trinken, was man mag. Hier kann man sich auch vorne hinlegen. Hier ist dann komplett, Strand hat mir hier keinen, nur einen kleinen Sandstrand hier vorne, vorm Hotel direkt. Und weiter vorne gibt es dann Schirme und Liegen vom Hotel. Die müssten eigentlich auch kostenlos sein, da muss ich aber noch einmal nachschauen. Und da geht so ein kleiner Weg, das gehört zum Hotel, ist dann mit dabei. Hier hinten gehen wir dann gleich zum Kids Club, der ist dann da hinten mit Rutschbahnen und die haben verschiedene Pakete, bieten dir. Und das Personal ist super nett.